Soll ich dir Schwanz geben oder deiner Freundin doppelt? Von irgendeinem von euch ist heute der Glückstag. Hilfe! Dinger, die kommt zurück. Ich hab mich eingekackt, glaub ich. Leute, meint ihr, ich kann die klären? Wo geht es zum Kölner Dom? Guten Morgen! So, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich fühl mich wie in GTA gespawnt. Kennst du das? Wenn du so Franklin auswählst und dann siehst du so NPCs. Leute, was geht ab? Ihr feiert meine Videos, deswegen mach ich weiterhin Videos. Ihr motiviert mich. Ich will gar nicht so lange schnacken. Tzatziki ist dabei. David, zeig mal jetzt irgendwas Cooles fürs Intro. Soll ich meine A** zeigen? Ne, was Cooles mein ich schon. Bitte komm einfach mittrainieren. Die Leute in meinen Kommentaren haben sich halt auch gefragt, ob du Bock hast, einfach meinen Schwanz... Die arme Verkäuferin. Die kann nix dafür. Die wusste auch nicht, wo der Dom ist. Wusste nicht, wo der Dom ist, aber wir sind hier in Köln. Übrigens, ihr hört Maurice und Leonard nicht, weil die wollen irgendwie, glaube ich, nicht ins Sehner rein, oder? Ja, aber wir sind halt Spasten. Ich werde versuchen, so viel anzeigen wie möglich zusammen... Genau. Nein, ich werde versuchen, heute wieder irgendwas so unangenehmes zu machen, dass ich am liebsten im Boden versinken würde. Ich kann mich genau in deinem Helm spiegeln. Echt? Ah! Du bist jetzt schon sterben. Da sieht man das ja. In der Visierie, oder was? Ja, hier. Ja, ich sehe mich da drin. Ach so? Ich will mal ganz kurz Maurice pranken. Ey, Maurice, weißt du noch, wo... ...wer so... ...ist? Ja. Du schwein! Du bist das schwein! Hat er das gecheckt, oder was? Ja, hat er gecheckt. Aber hast du das gesehen im Maurice-Video, als er mich so verabschte damit? Ja, übel, Alter. Du bist ja drauf reingefallen. Ja, ich dachte, ich hab irgendwie... ...später nicht. ...später nicht. ...später nicht. Ich will jetzt hier auf Rammau. Polizia, oh shit. Egal, da werden wir jetzt gleich direkt gebumst. Die machen jetzt schon ein Auge. Ich glaube, die wichtigste Mahlzeit am ganzen Tag ist so, wie Gary es mag. Olli, halt einfach dein Mann. Ich würde erst mal direkt zum Dom, mich da zum Affen machen. 2.0. Ja, finde ich eigentlich ganz geil. Jetzt sind wir wieder hier am Dom. Jetzt Olli greift an. Ah! Ah! Hallo! Muss ich lauter schreien? Mach mal vor. Was geht denn jetzt ab? Ah! Olli! Jetzt denken die, ich war das. Das muss ich doch mal nachlegen, oder? Joa. Boah! Wer kann den besten Fortnite-Tanz? Wer kann den besten... Ich mal vormachen. Nein, einer kann auch selbst geilerin. Oder ihr wart auf dieser Hype-Season-Trail. Wo kommt ihr alle her? Aus Stuttgart alle? Was führt euch nach... Wo sind wir? Köln. Was führt euch hier hin? Wo sind wir in Köln? Digga, du stehst von Köln. Junge, sei mal kurz leise, ich verstehe gar nichts. Weil kannst du dich einmal kurz... Ah! Gut, jetzt bin ich wieder da. Von irgendeinem von euch ist heute der Glückstag. Einer kriegt irgendeine Sache vom Bäcker ausgegeben von mir. Wie fühlst du dich jetzt? Sehr gut. Aber ich bin trotzdem kein besserer Mensch dadurch. Wenn ich jetzt meine Hose aufmache, hast du dann Lust? Jetzt habe ich die Hose aufgemacht, Thomas, hier losfahren. Auch meine... Würdest du dann lutschen? Safe, klar, direkt. Also wenn die Hose auf ist, so. Ich mache die Hose jetzt noch zu. Ja, hinter mir ist ein Auto. Du klickst gleich aufs Maul, Digga. Das ist ein cooles Thumbnail, wie die Kamera sogar schlittert. Ah, mein Fuß. Aua. 20 ist das jetzt, ey. Oh, Bruder. 20. Guck mal hinter dich. Digga, das kannst du ja auch nicht ausdenken. Also der Polizei hätte das sicherlich gefallen, hätte sie noch 10 mehr gemacht. Genau. Oh, der rechts, die, wo? Ja! Ich habe eine Frage und zwar, wie alt bist du? Du bist mir aufgefallen und deswegen habe ich so rumgebräht und fragen, ob du vielleicht meine Nummer haben möchtest. Du bist ein Freund. Bruder, das hat nicht so gezogen wie ein Tee. Digga, die gehen jetzt, warum gehen die hier rein? Siehst du das? Ja. Digga, was ist das denn jetzt? Abbruch, Abbruch. Nö. Hilfe! Hallo, ich habe eine Frage. Digga, was ist jetzt los? Digga, die kommt zurück. Wo ist der Kölner Dom? Äh, da. Bin nicht so gut da drin. Ich wollte eigentlich fragen, ob ich da eine Nummer haben kann. 2 zu 0. Ich schrei so Hilfe. Die kommt so zurück. Ja, vielleicht, weil die dir helfen wollen. Weißt du, was ich meine? Ich mag auch blond einfach. Kein Geheimnis. Also, wenn du blond bist, jung und eng. Ja, ja, ja. Daddy. Yeah, 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 yeah. Bye, bye, Daddy. Cool. Darf man dir lang? Das sieht aber ein bisschen aus wie ein Düsseldorf, finde ich. Nein, dem gefällt es. Hi. Kannst du mal ganz laut schreien? Nein, schreien. Das gibt es nicht, Alter. Ich liebe mein Leben. Darf man dir langfahren? Leonard, wenn du eine Kaulquappe wärst, wie wäre denn dein Name? Ähm, Fischers Fritzli. Fischers Fritzli? Ja. Nicht irgendwie sowas Kurzes, so wie Rex. Rex. Wiederschauen. Und reingehauen. Ich habe meine Beute gespottet. Leute, meint ihr, ich kann dich klären? Ich würde schon die Linke nehmen eigentlich. Entschuldigung. Ich will einfach direkt ehrlich sein. Du bist mir aufgefallen und ich wollte fragen, ob ich vielleicht deine Nummer haben kann. Ich habe einen Freund, aber es liegt von dir. Du hast einen Freund? Einfach weh, Digga. Lass dich auf die Weihrauscheiße nicht ankommen. Wuuuuh! Oh mein Gott, die Zentrifugalkraft! Ach, stell dir mal vor, ich fall jetzt hier in den Reihen, Digga. Mir ist so schwindelig, Alter. Du läufst so am Leben vorbei, Alter. Ich lieb dich. Das hat richtig gemalt. Bei mir dreht es gerade alles so. Kein Wunder, du hast dich gedreht wie ein f***ing Kreisel. Hey. Yo. Hey. 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 Hey, ich bin Fiber. Hey, ich bin Karber. License Driver? Digga, nicht hier drauf. Hä? Das ist doch eine Sackgasse, da kommst du gar nicht durch. Die haben wieder nur Blödsinn im Kopf, die zwei. Ich fahr jetzt voran. Vorankommen, dicke Tim. Ich muss vorankommen. Grr. Bo. Verpiste. Junge, Alter, die Polizei hat ja so asozial hier gepaart. Die dürfen das immer. Wie ist denn eine Ausbeute heute? Hm. Anfang war ganz okay. Oh, ich habe eine Pollen ins Auge bekommen. Soll ich sie rauslecken? Jetzt meinen Arn. Leck. Der war verheiratet, der hat genächtigt. Hast du das gesehen? Obdach? Der war ein Obdachloser, der genächtigt hat. Ist da jemand eingeschlafen oder was? Echt? Ja. Inzwischen. Drei, zwei, eins. Oh, bald kam es ausgegangen. Nein. Doch. Alter. Trifft das Blatt, trifft das Blatt. Bruder, das ist doch mal was anderes als Rennsimulator zu Hause im Wohnzimmer. Du bist voll dran vorbeigefahren. Hallo. Ich liebe dich. Kannst du mal einen Trick machen hier? Ich werde keinen Unfall haben. Oha. Oha. Ja, das ist gut. Weitermachen. Ciao, ciao. Dank Onlyfans. Ich glaube, ich bin jetzt Millionärin. Und ich habe eine Villa in Paris. Das ist grün. Ich habe auch nichts versucht und ausgemacht. Wie ein Däpfstammel an der Ampel. Digga, der ist so sauer. Jetzt gibt es nicht, wie lange er da stand. Nö. Soll ich dir Schwanz geben oder deiner Freundin doppelt? Nein, nein, nein. Also nein, nicht. Ich würde mich mal gerne ins Café einfach zu netten Damen setzen. Ich würde mich gerne in mich selber reinlegen. Und dann den Essig noch. Was? Keine Ahnung, wirklich. Hier, fahren wir bei den Radfahrerinnen mit. Ich habe mich eingekackt, glaube ich. Die gucken gar nicht mal. Digga, was war das? Ich habe mich jetzt doppelt. Oh mein Gott. Du bist wunderschön. Digga, der Blick von der anderen. Hast du gesehen? Irgendwie der Autofahrer ist hier fast hinten reingepackt gerade. Mir? Ja, weil du so gebremst hast. Der BGW-Fahrer war es krass. Digga, wo fahre ich mitten auf der Spur, Digga? Chiki-Changa! Zeig mir deinen T***! Digga, okay. Wie random kam der denn? Okay, Digga. Rosen sind rot, Pfeilchen sind blau. Ich habe was mit deiner Mutter. Das weißt du genau. Wenn er will rennen, guck dir das an. Der hat schon die Ellbogen auf Anschlag. Wir haben noch einfach bei den Räumen. Wir haben den Räumen getrunken. Oh Mann, doch.